Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ori and the Blind Forest an alle Zepplinge da draußen. Und ich habe mich von diesem Punkt hier, zumindest bräuchte ich meine Maus, warte mal, habe ich da nicht eine? Ja genau, von diesem Punkt hier habe ich mich jetzt ein bisschen nach oben bewegt, damit wir doch mal ein bisschen vorankommen, damit ich da nicht wieder abstürze. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran, hier waren wir ja schon mal, aber da waren die Viecher, die wir hier getroffen haben, alle ein bisschen sehr stark. Genau, ich erinnere mich an diese Magma-Viecher. Boah, das ist ja echt nervig, dass diese Teile am Boden bleiben. Oh, wieder diese großen. Da bräuchten wir jetzt echt mal dieses 24 schießen können. Oh Gott, apropos 4 schießen. Ihr seht es unten, auf dem Weg habe ich ein paar Punkte bekommen. Kann ich direkt mal skillen. Also, Ultrastampfer. Zwei Lebenszellen wieder her. Erhöht die Ausbeute bei Geisterlicht. Lebenszellen werden gerade angezeigt. Energiezellen werden angezeigt. Hm. Ja, das ist schon sehr nice. Äh. Das ist schon sehr gut. Also, ich denke mal, ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich diese Zweier-Talente noch mache. Ähm. Hm. Im Endeffekt skillet man ja sowieso alles. So. Hier brauchen wir dann drei. Okay. Gut. Wir sind jetzt hier und können wir da vorne direkt mal nach unten durchgehen. Oh Mann, bei dem muss man echt fix sein, weil die machen ganz schön nervigen Schaden. Oh. Yay. Boah, da haben wir ordentlich Lebenszellen da unten. Zum Beispiel bei neun. Das ist krass. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so viele werden mal. Hm. Hier braucht man irgendwas, was da durchschießt. Haben wir da? Wow. Was war denn das? Das hat vor allem vier Herzen abgezogen. Ach, der erzeugt die. Ach, Moment. Kann ich den... Ich hab ne Idee. Kann ich den vielleicht dahin katapultieren? So. Ja, ich hab das... Uhr. Ich hab das geht. Dann speichere ich hier einmal. So, jetzt kommt er. Au. Verdammt. Okay. Na komm. Yay. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir dadurch jetzt machen können. Und jetzt? Ah, okay. Ich mach hier unten was auf. Das ist aber eine ganz schöne Verknüpfung, würde ich mal sagen. So. Jetzt haben wir nochmal einen Lebenspunkt mehr. Wow. Ach, der macht auch den anderen Schaden. Was ist denn das? Wow. Was auch immer das ist, es hält verdammt viel aus. Und da unten haben wir... Hm. Oh nein. Das ist da ganz da drüben. Okay. Dann erstmal nach da oben hingehen. So. Das haben wir jetzt aufgesprengt. Sehr gut. Man merkt schon, das ist jetzt so ein neuer Abschnitt hier. Jetzt haben wir diese komischen Bomben damit dazubekommen. Die erinnern mich extrem an... Ich weiß nicht, wer von euch Starcraft 2 kennt. An die Bain-Linge da. Auch diese selbstmörderischen... Wow. Was ist denn das? Ist das irgendwie negativ? Oh, ja. Wow. Wow. Warum? Können wir eigentlich das Teil besiegen, indem wir es zurückschießen? Oh, nein. Können wir die Geschosse da irgendwie zurückschießen vielleicht? Ah ja. Sehr gut. So, anders geht das anscheinend da... Oh, das ist ja ganz schön... Wie soll ich denn da... Oh Gott. Wie soll ich denn da drüber kommen? Was? Was zum Henker? Wie... Wie sollen wir denn da drüber kommen? Hm. Oh. Tja. Das kann doch nicht sein. Müssen wir sicher da lang, aber... Nein, da oben wäre auch noch ein Gang. Oh, nein. Denn wie es aussieht, ist das hier bestimmt nicht der Weg, den wir laufen müssen. Wenn ich mal gucke, ja, das ist sehr wahrscheinlich, dass wir dahin müssen. Warum ist mir das denn nicht aufgefallen? Okay. Nun gut. Lass es... Jetzt mal... Oh Gott. Fix. Nun gut. Eben doch nicht so fix. Ich glaube, ich mache hier gleich mal einen kleinen Cut. Gut. Dann mache ich hier kurz einen Cut. Und dann sehen wir uns dann... gleich wieder, wenn es dann an dem Punkt, wo wir eigentlich eben hinwollten, weitergeht. Bis gleich. So. Und damit sind wir jetzt auch hier oben beim Tal des Windes angekommen. Und direkt hier ist ein Fähigkeitspunkt. Sehr geil. Und da vorne sind jetzt solche schwarzen Raben. Wow. Verdammt. Fast. Yes. Keine Ahnung, ob das so richtig war. Aha. Das war doch ein ganz cooles Manöver. Wow. Oh. Yes. Also, ob das jetzt richtig war, weiß ich wirklich nicht. Aber... Moment. Wir können... ...da nach drüben. Oh. Zwei Fähigkeitspunkte. Können wir direkt mal schauen, was wir da skillen können. Das hier braucht leider drei. Wir können ja mal das hier scannen, dass wir zwei Lebenszellen bekommen, wenn wir speichern. Das ist auch ganz nett. Und da unter uns können wir nämlich auf jeden Fall uns... Wow. Uns durchstampfen hier. Oh, oh, oh. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, oh, oh. So, jetzt ist es nämlich schon mal ganz hilfreich. Mal schauen, was haben wir denn hier? Hier haben wir einen Hebel. Oh, schnell, schnell. Wow. Wow, das ist aber ein ganz schöner Speed, den wir da an den Tag legen müssen. Okay, und los. Nein. Das soll man wirklich schaffen? Das ist aber schon ein ganz schönes Tempo, was wir da irgendwie haben müssen. Ah, Moment, ich kann doch stampfen. Vielleicht komme ich dadurch schneller nach unten. Nee, so nicht. Damit wir stampfen nicht hinbekommen. Das ist ganz schön schnell, was wir hier sein müssen. Wow. Aber gerade so. Oh. Sehr gut. Eine weitere Energiezelle. Okay, ansonsten war es anscheinend für nichts gut. Ah. Verdammt, alleine der Rückweg ist manchmal schon gar nicht so ohne. Da hätten wir es einem ruhig ein bisschen leichter machen können. Verdammt. Jetzt trinkt man hier noch, wenn es blöd kommt, nachdem wir hier unser Ziel erreicht haben. So. Gut, erstmal hier unten weiter. Au. Ja, ja, die Karte bräuchten wir jetzt mal. Wir haben ja das Kartenfragment schon bekommen. Jetzt fehlt uns nur noch die Karte an sich. Kann man hier vielleicht durch? Hm. Ach, okay. Jetzt sind wir direkt hier oben. Anscheinend hätten wir da dann auch zurückgekommen. Da hätten wir es uns gar nicht so umständlich machen brauchen. Müsste doch jetzt aber auch hier irgendwo die Karte kommen, oder? Wow, wow. Nein, nein, nein. Piranhas. Ähm... Okay. Anscheinend können wir das hier nicht zurückschießen. Moment. Da muss ich jetzt erstmal gucken. Ich bin mir noch unschlüssig, ob wir vielleicht... da rechts rein müssen. Nein, oder? Aber ich kann ja hier mal speichern. Ähm... Und dann können wir mal gucken, ob wir vielleicht da unten reinkommen. So. Na, okay. Das hat sich damit ja übrig. Wir müssen eigentlich nach links. Aber dann gehe ich zuerst mal nach rechts. Und wir schauen mal. Au. Das war gemein, ja. Der hat eine... fiese Position. Nein. Der ist echt blöd platziert, ja. Das muss ich sagen. Vielleicht sollten wir den am besten erst mal... genau so anlocken. So. Jetzt haben wir den jetzt mal weg. Und... jetzt können wir... mal gucken. Oh Gott, komm mal hier. Können wir den vielleicht... Hm. Was... können wir verwenden, damit wir da drüben durchkommen? Also, den haben wir ja gerade gemerkt. Konnten wir nicht dagegen hauen. Hm. Ich lasse mich nochmal nach unten fallen. Weil ich will dann doch nochmal schauen, ob er das vielleicht verwenden kann. Okay. Ähm... Ich bring mich nochmal kurz um. Ich weiß, es ist jetzt... vielleicht nicht so nett. Für Ori zumindest nicht. Okay. Das hätten wir. Weil wir haben jetzt ja probiert... auch wer das Viech dagegen werfen kann, aber nicht, ob wir nicht Ori dagegen werfen können. Okay. Das bringt nichts. Da ist tatsächlich guter Rat teuer. Hm. Wow. Verdammt. Ist das wirklich so? Müssen wir das ernsthaft so machen? Wow. Komm, das war richtig gut. Langsam habe ich das mit diesen Sprüngen echt ganz gut drauf. War ja jetzt auch kein... ähm... nichts für was Normales. Wow. 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 Waaah. Oh. Nein. Hahaha. Badammt. Badammt. So. Nein. Autsch. Tsch. Okay, so. Einmal gespeichert und... Autsch. Tsch. Okay, jetzt muss ich gleich das nochmal speichern. Um wieder ein bisschen Energie zu tanken. Autsch. Tsch. Das Problem hier an der Sache ist tatsächlich... Au. Man springt tatsächlich zu hoch. So. Speichern. Au. Hm. Ist hier noch irgendwas? Puh. So. Wieder zwei Energiezellen mehr. Aber dass wir hier... Oh. Hier ist Wind. Oh nein. So. Gut. Aber hier haben wir tatsächlich... Oder doch da unten vielleicht? Reicht? Hm. Gut. Dann werde ich hier erstmal eine Pause machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und anscheinend hier oben wird dann auch nochmal irgendwann ein Bereich sein, der ganz interessant zu sein scheint. Okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also dann. Ciao, ciao. Ja. Ahmed. Oh nein. Bitte.